Jo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt es euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute glaube ich eine mega komische Map und ich bin gespannt was auf uns zukommt, denn diese Map wird einfach beworben als die schlechteste Map der Welt. Einfach als schlechte Map. Ja, der Macher der Map hatte wahrscheinlich sehr sehr viel Optimismus mit am Start, als er die gebaut hat. Naja, soll jetzt nicht wichtig sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich werde mal sehen, was jetzt auf mich zukommt. Daumen nach oben, schaut mal nicht vergessen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht getan habt. Und falls ihr mehr sehen wollt, let's go. Viel Spaß. Okay, das ist halt der Spawn. So fangen wir an. Und das Ding ist Leute, erstens, ich kann nichts abbauen, ich kann nichts machen. Ich glaube nämlich, ich habe einen Fehler gemacht und das zeigt einfach schon mal, wie schlecht diese Map ist, denn, oder wie schlecht sie sein soll, denn, ich habe diese Map gestartet. Auf der Seite steht 1.10.2. Ich öffne Minecraft. In der 1.10.2 steht, yo, die Map ist der 1.11. Es könnte Schäden verursachen. Ja, richtig geil. Was ihr hetzt? Okay, jetzt sind wir in der 1.11 und jetzt ist auch jemand gejoint direkt. Nico the Pro. Jetzt, jetzt klappt es auch. Okay, gut. Da bin ich ja mal ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Jetzt sieht man allerdings direkt den Unterschied. Man hat hier keine Shader drin. Ich muss auch übersetzen, Leute. Ich kann euch einfach mal kurz vorlesen, was hier steht. Also, ich übersetze es auf Deutsch, weil vielleicht verstehen nicht alle alle Wörter und so weiter. Und ja, jetzt schreibt hier Nico unter Strich, ne, unter Strich Pro. Entschuldigung, ich, ja, habe keine Spieler erwartet. Ich habe im Forum gesagt, dass diese Map so schlecht ist und du sie gar nicht spielen sollst. Und ja, warum musst du immer die Regeln brechen? Jetzt kann ich natürlich hier antworten. Einmal, because it's fun. Also, weil, weil Spaß. Aus Spaß halt so. Oder, I'm sorry. Also, es tut mir leid. Also, es macht Spaß. Was ist falsch mit mir? Ich weiß nicht, Leute. Irgendwas ist falsch mit Beats. Und, ähm, ja, ich habe gerade gemerkt, dass Orange eine coole Farbe ist. Und jetzt schreibe ich in Orange. Alles klar. So, also, ähm, ich habe die Map noch nicht fertig gebaut. Ja, wirklich jetzt? Deswegen lässt man sie auch schon zum Download erstehen. Was? Ich habe gar nicht angefangen zu bauen. Okidoki. Aber geh nicht weg. Ich bin, äh, sehr schnell, äh, darin. Okay, werden wir dann ja sehen. Äh, lass uns anfangen und... Oh, oh, den Raum hier größer machen. In drei, zwei... Oh, warte. Drück einfach auf Ready, wann du fertig bist. Okay, ich bin jetzt fertig mit Lesen. Ich drück auf Ready. The Co... Oh, nein, das ist ein Fehler. Nochmal, wir probieren es nochmal. Oh, da stand, äh, der Block konnte nicht geplaced werden. Aber das war ein Joke, denke ich mal. Ja, und jetzt werden wir sterben. Hä? Was steht hier? I'm sorry. Oh, Mann, er wusste nicht, dass wir da noch stehen. Oh, ich kann es aber... Ich kann speed upen. Ich kann vorher sterben. Okay. Oh, ja, da bin ich ein bisschen vorher gestorben. Oh, und jetzt ist er geliftet. Oh, und er ist gleich zurück. Und ich darf in der Zeit nichts Dummes machen. Okay, was wäre jetzt dumm? Hier in das Loch zu springen wäre dumm. Vorher gucken wir allerdings noch was hier so zu finden. Oh, nee, Knöpfe. Soll ich alle ausprobieren? Irgendwann wird was passieren. Wir drücken alle und stellen alle Hebel um. Ich bin mir sicher, irgendwann wird was passieren. Obwohl wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Ja, ich wusste, dass hier ist nichts. Ist hier drunter noch irgendwas? Hä? Achso, hier ist ein... Oh. Nee, hier drunter ist auch nichts mehr. Doch, hier war noch was. Da war ein Hebel und ich habe Error bekommen. Kann platziert werden auf Sandstein. Okay, dann sollte ich es auf Sandstein platzieren. Hier hinten ist was. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist richtig. Hier haben wir... Ist das Sandstein da drunter? Ähm, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht da hin platzieren. Mann. Ich habe noch eins bekommen. Okay. Ich konnte zum Glück noch eins bekommen. Aber wieso heißt es Error? Scheiße. Das ist ja nicht so gut. Ähm, darauf kann man es nicht platzieren. Daneben auch nicht. Wir nehmen uns mal direkt zwei mit, weil... Äh, sicher ist sicher. Okay. So, hier ist noch einer. Da ist auch ein Redstone-Block. Ich habe noch da hinten was gesehen. Hier drauf kann ich es nicht platzieren. Ich brauche wirklich Sand. Oh mein Gott. Ich kann hier drüber laufen. Alter. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Hier ist noch was. Und hier sieht es auch richtig aus. Sandstein. Und ich platziere es hier hin. Und bekomme noch eins. Und das kann auf Sand platziert werden. Okay, genau. Jetzt muss ich dann hier rüber laufen. Äh, was auch immer das für einen Sinn hat. Aber jetzt kann ich hier rüber laufen und platziere das hier hin. Und jetzt steht hier... Oh, Internal Exception. Jeder hasst es, glaube ich, wenn diese Scheiß-Nachricht da kommt. Und man sein Minecraft noch nicht starten kann. Aber wir klicken mal auf Back to Title Screen. Also zurück zum Hauptbildschirm. Oh, und jetzt haben wir hier Minecraft Singleplayer. Multiplayer. Minecraft Realms. Okay. Singleplayer. Could perform this action. Okay, Singleplayer geht nicht. Dann spielen wir am Multiplayer ein bisschen auf Gomme oder so. Geht auch nicht. Ähm, okay. Minecraft Realms. Habe ich wirklich in echt auch noch nie gezockt. Weil ich immer in der falschen Version bin. Nie in der neuesten. Ähm. Geht aber natürlich auch nicht. Options gehen auch nicht. Ähm, das geht auch nicht. Und jetzt bleibt nur noch Quit Game übrig. Also Game verlassen. Ja, und das geht. Bestes Spiel ever. Es geht einfach nichts außer das Spiel zu verlassen. Perfekt. Oh, hey. Ich bin zurück. Oh, nice. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hm, ja. Was ist passiert? Ach, nichts Besonderes. Ich habe einfach nur den, äh, ja. Das Ganze hier beendet, indem ich im Chat auf, äh, Gamequitten gegangen bin. Ja, wir sagen mal die Wahrheit. Wir sagen mal die Wahrheit. What you did do? Oh, ich habe nichts Schlimmes gemacht, Mois. Das war doch nicht schlimm. Oh, wir sind in einem Gang. Was hat er denn jetzt noch geschrieben? Toll. Wo sind wir jetzt? Entweder antworte ich jetzt mit, ich weiß es nicht, ähm, deine Maps haben ein Problem. Oder in a black room. Ich bin in a black room. Genius. Ja, ich bin ein Genie. Ich weiß. Okay, gut. So, ist hier irgendwas versteckt? Nein. Wir laufen einfach mal durch. Ich sehe genauso wenig wie ihr, glattgraubig. Oh. Und hier ist was passiert. Hier war ein, ein Emerald-Block. Und jetzt steht hier im Chat. Wie hast du das überhaupt jetzt gerade geöffnet? Was ist es für ein Raum? Was ist es für ein Platz? Es ändert mich an irgendwas. Aber ich weiß nicht an was. Ich weiß es auch nicht, Mois. Okay, hier ist aber ein größerer Raum. Hier kommt man auf jeden Fall schon mal nicht hoch. So, dann gucken wir erstmal, was hier noch so ist. Oh, ein sehr, sehr großer Raum mit so kleinen Stäbchen. Ich weiß nicht, was es ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Das ist zu neu für mich. So neu. Ich bin noch dieser altmodische Minecraft-Zocker, Leute. Ich habe mich mit den neuen Versionen noch nicht so, ja, kundgetan. Noch gar nicht so auseinandergesetzt. Hier können wir auf jeden Fall schon mal nicht durch. Das ist nicht so gut. Dann gehen wir hier hoch. Gucken hier, ob Schalter versteckt sind oder so. Das ist nämlich sehr, sehr oft so. Hier ist allerdings nichts. Und, Alter! Ja, wir sind einfach hier durchgefallen. Okay, was steht jetzt im Chat? Ah, ich kenne diesen Ort. Kennst du ihn auch? Es ist diese coole Map, gemacht von Nico-The-Pro. Also mir, halt die Fresse. Ähm, unlinked. Sure thing, klick hier, um meine Map auszuchecken. Never because you suck. Wir klicken hier, get wrecked. Was? Als ob. Nein, ich will nicht sterben. Wir sind gestorben. Okay, es gibt aber mehrere Enden. Das macht die Map eigentlich gar nicht so schlecht. Insgesamt. Trotzdem ohne Sinn. Äh, wir werden ja mal sehen. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier kann man auf die einen Seite schon mal gar nichts. Ähm, hi. Okay. Ich bin Nico-The-Pro. Okay. Oh, der Server ist gecrashed für mich. Ich versuche jetzt, ähm, mit Schildern zu unterhalten. Okay. Also er kann nicht mehr in den Jet schreiben. Äh, da ist ein Server-Restart-Button da hinten. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn erreichen wirst. Aber ich soll's tun. Okay. Wo denn? Muss ich gerade auslaufen? Ich glaub, der Typ wird mich verarschen. Ich lauf jetzt 20 Kilometer geradeaus und es passiert nichts, hab ich das Gefühl. Es wird nichts passieren, Leute. Ich bin mir so sicher, dass nichts passieren wird und dass wir einfach nur verarscht werden. 2.000 Jahre später. Ne, Leute. Wir haben jetzt wieder so viel später. Ich glaub, wir wurden verarscht. Da kommt nichts mehr. Diese Map besteht einfach nur aus scheiß Sand. Ich flieg jetzt mal zurück, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwie am Anfang was versteckt war. Weil das einfach immer so ist und wir immer diese falschen Entscheidungen treffen und sowas Dummes machen. Guck mal, wie lange wir einfach nach hinten fliegen müssen. Das gibt's doch nicht. Oh, da kommt was. Da ist was. Sehr schön. Wir sind wieder back. Wir sind back. Oh, nice. Nice, 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 nice. Okay. Jetzt gehen wir wieder in den Game Mode, in dem wir sein müssen. In den Game Mode 2. Und jetzt sehen wir das Ding hier auch oben. Das ist mir gerade jetzt beim Zurücklaufen aufgefallen. Ähm, ich guck einfach mal hinten drauf. Vielleicht ist hier hinter was versteckt. Ne, oh, oh, oh. Ich hätte jetzt gedacht, dahinter ist. Was steht denn da oben? Wie komme ich da denn hin? Ich hab noch nichts im Inventar. Hä, ich geh nochmal runter. Vielleicht ist hier unten ja irgendwas passiert. Oh, ja, hier ist was passiert. Wir haben Enderperlen. Woo. Wie haben wir die gerade nicht gesehen? Hier muss ja irgendwas passiert sein. Keine Ahnung. Aber wir haben es immerhin geschafft. Das war ein bisschen doof gerade, was ich alles gemacht habe. Aber egal. Wir können jetzt mit den Enderperlen weiterkommen. Denn es gab ja oben dieses Emerald-Ding. Genau. Und da müssen wir uns wahrscheinlich hinporten. Schätze ich mal. Ja. Ne, Beats. Das war nicht so gut. Jetzt triffst du wieder nicht. Och. Kannst du direkt da hinlaufen. Nein. Noch einmal. Ja. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Sehr schön. Server Restart Button. Admin only. Bin ich Admin? Ich weiß es nicht. Aber wir sind einfach mal so nett und restarten den. Okay. Es restartet. Und Server Shutdown. Oh, das sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall keine Fehlermeldung. Und dass wir gestorben sind, ist auch sehr, sehr gut. Wo sind wir? Oh. Joint Game Once Again. Ich bin zurück. Zum Glück hast du die Enderperlen gesehen. Ich hab sie für dich in der Chest gelassen. Ja. War auch sehr, sehr gut beschriftet, die Chest. Dankeschön dafür. Oh. Was war das für ein aufregendes Abenteuer? Es war unbeschreiblich. Und was? Mochtest du es? Ähm. Es war okay. Komm. Wir sind wir einmal. Wir waren gerade die ganze Zeit so böse. Es war okay. Oh. Go ahead then. Explore it all. And thank you for playing. Okay. Er sagt, wir sollen die noch ein bisschen exploren. Aber ich glaube, hier gibt es gar nicht so viel zu sehen, Leute. Man kann hier jetzt durchfliegen. Und ihr seht, hier sind so ein paar Sachen gebaut. Das war die Map. Und das ist auch mein Schlusswort. Denn wir haben sie geschafft. Obwohl sie wirklich ziemlich dumm war, muss ich sagen. Aber immerhin haben wir ein neues Abenteuer gehabt. Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch etwas unterhalten. Daumen nach oben, Leute. Einfach mal das Video liken, falls es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei ihrem nächsten Video wieder. Bis dahin. Hab einen wunderschönen Tag. Ciao, 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 ciao. Euer Beats. Wow. Wow.